ja und damit recht herzlich willkommen zu einem letzten video auf diesem kanal ich habe es bereits vor mehreren wochen angekündigt oder auch vor mehreren monaten dass ich einen neuen kanal aufmachen werde dass ich den kanal ich würde sagen nicht ganz aufgeben möchte aber es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen ich habe jetzt neuen kanal bald eröffnet den namen kann ich schon mal verraten der heißt wir sind insgesamt vier leute die ich schon länger kenne und haben uns halt zufällig mal getroffen und sind auf die idee gekommen dass wir jeder zockt für sich gerne dass wir dann einfach mal ein let's play machen let's play kanal machen könnten so muss man ja eigentlich sagen und ja als wir mal unterwegs waren bisschen trinken aber nicht zu krass ja da sind wir auf den namen die positiven vollidioten gekommen und so wird der kanal auch heißen den werde ich bald eröffnen und ja dann wird es bei mir wahrscheinlich bald mit der hd remastered edition von bioshock weitergehen zumindest mal angesehen was ich allerdings noch plane und warum auch in letzter zeit weniger videos gekommen sind weil ich nicht ganz weiß was ich eigentlich machen soll vielleicht kommt arch survival erworben wieder zurück dead by daylight wäre noch eine möglichkeit da wäre halt ganz praktisch wenn man mehrere leute wäre wäre natürlich schöner vielleicht auch wieder demigod ich weiß es noch nicht ganz was ich wieder anfangen fifa wird dann wieder auf jeden fall kommen vielleicht auch dann bisschen hilft mir ein bisschen was soll das da was battlefront vielleicht dann wenn der todesstern dhc rauskommt dass ich mir den vielleicht zulegen und dass dann spielen werde also bioshock wäre jetzt wieder ein plan den ich sage dass ich das das spiel gerne noch mal durchspielen würde auf der ps4 fifa wäre noch eine möglichkeit mal gucken was sich noch so alles anbietet was wir dann miteinander machen können vielleicht dass ich da noch ein paar spiele anbieten so hoffe ich es und ja ich bedanke mich auf jeden fall recht herzlich für die leute die mich hier unterstützt haben auch immer hilfe geboten haben ich glaube ich habe schon mehrere gründe erläutert warum ich den einen kanal aufmachen möchte erstens mal content teil die ich wegen fifa videos erhalten habe und ich weiß nicht ob die eben schon erloschen sind oder auch ich habe den kanal ein bisschen falsch ausgezogen aber wie gesagt ich habe die gründe schon einmal erklärt und ich habe den kanal auch für mich selber ganz alleine aufgezogen war völlig falscher ansatz blöden namen muss man ganz ehrlich sagen der hat eigentlich für meine verhältnisse überhaupt nicht gepasst der neue name von unseren kanal den wir zu viert aktuell machen vielleicht nach einem oder anderen dazu als die positiven folie und der hört sich recht cool an der wird dann auch unten verlinkt wer mit will oder mit rüber wechseln will mit machen will uns zu unterstützen gerne auch vorschläge machen was ihr davon haltet und naja ich hoffe ihr begleitet mich und einen kollegen habt ihr ja schon gehört von der order let's play der ist wieder dabei dann nach zwei komplett neue und dann gucken wir mal ob wir den spaßig aufbauen können wir vier positiven vor ideen bis dahin ein letztes mal vielen dank fürs zusehen viel spaß noch haut rein und wir sehen uns dann ja bei meinem neuen kanal und wie gesagt gerne eurer meinung in den kanal und wie gesagt ich hoffe dass ihr mich begleitet dass wir sehr nett und ansonsten bis dahin schönen tag schönen abend je nachdem wann ihr das video guckt also ciao ciao